Du bist brav. Du bist ganz brav. Das nenne ich brav. Du kommst mal ne Runde mit. Erstmal noch ein bisschen in die Ecke. Der sagt nur roh, 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 der sagt noch nicht mal was. Alter. Alles klar. Alle natürlich heftig am Penn. Hat der was in 6? Oh, nö. Das ganze ist... Oh Gott. Okay, cool, cool, cool. Die suchen natürlich jetzt aktiv nach dem Delta-Team. Was macht der denn da? So, der pinnt auch irgendwann ein. Ei, 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 ei. Von hinten komme ich gar nicht rein. Ich komme von vorne rein. Okay, sollte aber cool sein. Alarm Penn. Das Lager ist relativ verlassen. Wo haben wir unsere Kontaktpersonen? Hier, glaube ich. Nope. Volltreffer. 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 Chico. 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 Chico, es ist mir. Nein, nein, weg, 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 weg. Gott, der... Don't fight it. Ich habe Chico. Und, Boss? Nicht hier. Bist du sicher? Bist du sicher. Ist Chico able to walk? Hold on. Nicht passieren. Du musst ihn rausnehmen. Okay, Boss, change your plans. Halt Chico over to the rendezvous point. We'll get Posse's whereabouts out of him, once he's calm down. Alles klar, wir gehen rein. Wir schnappen uns den. Dann sind wir wieder weg. Ich muss mich erstmal verstecken mit dem. Aber da kommt hier noch einer. Nö, ich kann ihn locker tragen. Oh, sehr. Der trägt ihn, als ob das so absolut kein Gewicht ist. Wir sollen hier runter. Das ist komplett einmal noch da außen rum. Ich muss den einmal kurz hier liegen lassen. So, bleib mal da liegen, Kind. Der Papa macht das mal, ne? So, erstmal der Typ. Den markieren wir erstmal. Und ich glaube, da war sogar noch irgendwo ein zweiter, wenn ich mich nicht irre. Ja. Wir kontrollieren die Situation mal. Und gucken ganz genau. Reden die beiden? Ziemlich weit weg. Ich glaube nicht, dass ich mit der Pistole so leicht treffen werde. Ich weiß auch nicht, wann genau der mich sehen wird und wann nicht. Das ist auch so eine Sache. Shit. Ich habe genau davor geschossen. Kacke. Ich kann da nicht weg. Der steht da richtig beschissen. Ich hoffe, ich habe dich getroffen. Oder auch nicht. Komm schon, kipp rum. Pusten hat er. Wahrscheinlich schießen die nicht so weit. Warten wir, bis er mit seiner Patrouille weitermacht. Der macht noch jemand mit seiner Patrouille weiter. Der kam von oben. Geduld. Wir könnten auch versuchen, mit dem hier unten lang zu gehen. Das könnte klappen. Könnte. Der bewegt sich kein Stück. Das ist mies. Wow. Das ist richtig mies. Ich hole eine andere. Zack. Oh, der steht auf. Kacke. Oh mein Gott, kacke. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah. Ich glaube, ich muss bei jedem nochmal nachtreten. Die pennen aber noch ziemlich lange. Shit. Ich muss den auslocken. Ich muss den da hinten auslocken. Ich treffe den nicht. Das ist zu weit weg. Der sieht mich direkt und ich will nicht außen rum gehen. Vielleicht habe ich ihn angelockt und der kommt näher. Total desinteressiert. Vielleicht geht er jetzt hoch. Vielleicht löst er den noch ab. Ich weiß es nicht. Was machst du? Kommt. Der kommt, der kommt, der kommt. Scheiß Stein ist hier im Weg. Komm schon, das muss ein Treffer gewesen sein. Das kann doch nicht sein, dass ich den nicht getroffen habe. Ich habe den wirklich nie getroffen, wo das Fahnenkreuzrot war. Boah, fucking finally, ey. Die Dinger, die schießen einfach nicht so weit. Check deinen Kollegen aus. Ich kann nicht glauben, wie lange ich hier fest saß. Ey, das müssen wir auf jeden Fall beim zweiten Mal durchs Spiel besser machen. Ich glaube, das Einzige, was wir machen, ist auch den Typen rauszuholen und das war's. Wir können natürlich in der ganzen Basis rumschleichen und uns Unfos holen über verschiedene Sachen, was ich auch hinterher machen werde, aber ich denke, das ist schon die einzige Mission. Der Typ, der dreht sich schon nicht um. Der hat einmal Ruhe gemacht und haben eigentlich Ende. Könnte eigentlich hier komplett dran vorbeigehen, aber ich quitsche die so gerne aus. Oh ja, die Steuerung wurde extrem verbessert. Ich weiß, wer du wärst dich. Ich habe ein Problem, der ist aufgestanden. Aber schon wieder der gleiche. Kacke, kacke, kacke. Ich habe ihn getroffen. Das dauert jetzt circa 30 Sekunden, bis der wieder liegt. Der Typ ist ja richtig kacke. Oh Mann. Schön. Mitkommen, wir sind weg hier. Okay, ich habe das aus den alten Teilen in Erinnerung, dass die Pfeile weiterfliegen, aber das war nicht wirklich weit. Der ist aufgewacht. Lass uns mal beobachten, wenn der hier die ganze Zeit rumholt, dann könnte der die ganzen... Was ist denn? ...schon alarmieren. Wir gehen doch richtig, oder? Das wird uns ja richtig angezeigt. Ja, ja. Chico, wo ist Paz? Sie ist dead. Wenn was das recorded? Sie ist dead. Sie ist dead. Sie ist dead. Ich habe noch mehr was zu machen. Okay, Chopper for Pickup. Und der geht genau hier hin. Oh mein Gott, das spricht sogar. Der Controller, das ist cool. So, wie holen wir jetzt den Chopper? Oder haben wir hier... Ah, wir müssen zu einer Landezone. Müssen wir wirklich zu einer Landezone? Ja. Das ist doch auch... Das ist keine Landezone. Aber das wäre doch perfekt hier. Das ist komplett außerhalb. Aber die sind markiert auf der Karte. Hier ist eine Landezone. Hier ist eine Landezone. Da ist eine Landezone. Das wird nicht lustig. Nee. Ich muss noch komplett über die ganze Basis gehen. Wow. Tja, dann werden wir mal... ganz außen die nehmen. Weil ich hoffe, dass da wenig... dass da wenig Einheiten sind. Alles klar. Chico, Chico, Chico. immer mit der Ruhe. Ich bin so sorry. Ich bin so sorry. Ich bin so sorry. Ich will das nicht. Ich bin so sorry. Boss, Chico's tape wahrscheinlich contains some clues to where they're keeping Pass. Selected on your eye droid to listen to it. Okay, das machen wir mal. Ich lege dich mal ganz kurz hier ab. Missionsinfo. Okay, Chico per Hilly rausholen. haben wir ihn noch. Da ist der Walkman. Hau mal rein. Pass. On your feet. Okay. Chico was taken out of his gauge. Did he leave the tape recording while he was being moved? Pass might be up ahead. I hear vehicles. And a flag. Must be near the heliport. A gate. A gate. A gate.